Der Hauptgenuss einer Hip-Hop-Band ist, dann wird natürlich gedampft und dann war das Wortspiel, wie kann man das machen, wie kann man das Dampfen einbauen, als Gag sozusagen, Snoop Dogg mäßig und dann sind wir am Ende bei Unterdampf angekommen und super sanft ist vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis dabei, aber damit ist eigentlich das Gemüse gemeint.